Hallo, ich bin Bernd, Bernd Isert. Mein Thema, das mich seit vielen Jahren fasziniert, ist die Arbeit mit Menschen. Ganz nebenbei habe ich auch noch einen ordentlichen Beruf. Ich bin Diplom-Ingenieur, habe mit technischen Systemen gearbeitet, mich aber dann mehr für die menschlichen Systeme interessiert. Ich bin auch noch Eisenbahner und Tontechniker und habe viele Interessen. Ich möchte ein bisschen aus meiner Arbeit vorstellen, diesmal die Arbeit mit Symbolen und Figuren. Es geht darum, Systeme auf dem Tisch darzustellen, ihre Dynamik und Veränderungsmöglichkeiten zu sehen. Musik 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 Es ist, als würden wir uns vorbereiten auf das große Fußballspiel des Lebens, nur dass es da keine Wartebank gibt. Alle spielen mit. Und es geht darum, seine Kompetenzen auf neue Art zu sammeln, zu entdecken, zu integrieren und in dieser Integration gewappnet zu sein in einer nicht ganz einfachen Welt. Musik 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 Und im Metaforum werden wir sowieso jedes Jahr ein Jahr jünger. Applaus Einen ganz, ganz herzlichen Dank an dich lieber Bernd Richten, für all das, was du hier aufgebaut, geleistet hast und was du uns immer wieder seit ganz vielen Jahren ermöglichst. Du bist das Herz vom Metaphorum.